Servus, ich bin die Baruschka vom DAKAIN Shop in Neutrobrunn bei München und ich würde euch heute gerne den Skate- und Snowboard-Rucksack mischen vorstellen. In das geräumige Hauptfach des DAKAIN Mischen passen neben einem Accessory Case, Sportbekleidung und einen Ordner hinein. In diesem integrierten und gepolsterten Fach kannst du zusätzlich deinen 15 Zoll Laptop sicher verstauen. Das Organiserfach des Freizeitrucksacks bietet dir Platz für beispielsweise Stifte, dein Handy sowie deine Digitalkamera. Wie man hier sehen kann, schützen die fließgefütterten Fächer deine Geräte. Ein zusätzliches Reißverschlussfach bietet sich an für den kleinen Hunger für zwischendurch. Mit dem vertikalen Snowboard-System kannst du dein Snowboard bzw. dein Skateboard einfach und schnell festschneiden. Seitlich des Freizeit- und Sportpacks findest du eine Reißverschlusstasche für beispielsweise eine Trinkdose sowie eine fließgefütterte Tasche für deine Sonnenbrille. Auf der anderen Seite ist eine Tasche für Kleinigkeiten wie zum Beispiel dein Tool. Das gepolsterte Rückenteil mit größenverstellbarem und atmungsaktivem Dry-Mesh-Hüftgurt sowie der höhenverstellbare Brustgurt an den ebenfalls mit Dry-Mesh ausgestatteten Tragegurten bietet bequemsten Tragekomfort. Außerdem befindet sich an der Rückseite ein Fach für deinen Geldbeutel oder deine Goggle. Vergesst nicht, dass dieses Farbmuster zu einer Limited Edition zählt und nur bei uns im Dakein-Shop erhältlich ist. So, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Viel Spaß damit, Servus und bis bald! So, das war's auch schon.